Willkommen zurück Part 6 Ähm, wo war ich stehen geblieben? Hebel Ähm, die Kriege, die Dieben auf jeden Fall nicht Warte mal, wir holen uns erstmal hier die Punkte Kannst du den nicht nach rechts bewegen oder so? Den kann man nicht runterholen, der hängt mir fest Achso, okay Warte, den muss ich doch nur befreien Hä? Wo ist mein Hammer hin? Hier unten Oh, das muss ich noch weiter Oder jedes Mal wieder runter Ja, irgendwie macht das alles keinen Sinn Ja, wir müssen hier gar nichts mehr machen Ich wollte gerade sagen, also wir können einfach hier rechts hoch Wenn ich nicht immer einen Scheißbaut mal reinfallen würde Moment, der muss mal weg So Ich, mir gehört die erste Blase Nein Immer dem Kisten-Mensch hört die erste Blase, weil er euch dann nachkisten kann Ja, dann nachkisten Der Kisten Du bist voll, voll viel Sachen beauftragt Blasenbeauftragter Kistenbeauftragter Rohbeauftragter Was bin ich denn für Beauftragter? Du kannst Hammer werfen Ähm, da oben tropft irgendwas runter Ich glaube, der Warrior muss zuerst gehen Genau So sieht nämlich aus Jetzt geh mal runter da Da kommt eine Blase, solange du da drin stehst Ich stehe doch gar nichts drin Sondern nur am Rand, ganz vorsichtig Ja, aber guck mal Du bist halt zu fett So Das sagt der hier Mir als Hemd Warum muss ich zuerst gehen? Ich habe nicht ganz zugehört Weil dort irgendwas runter regnet Ah, ich könnte Schuld da machen Ja Oh Scheiße Okay, wir müssen da wohl doch anders Boah, ich bin zu ungeduldig Achso Nein Ich bin dran Ich bin dran Ich bin nass Ähm, einen warte ich noch Äh Egal, ich bin durch Mein Spiel denkt Ah, ich habe irgendwas gedrückt Scheiß, hier ist Wind Er drückt mich weg Ich bin weggedrückt Ich bin tot Mein Spiel ist abgestürzt Was? Das auch noch Dann liegt es nun an mir Okay Okay, wir werden hier jetzt einen kurzen Cut machen Und gucken, wie wir Pinguin wieder ins Spiel bekommen Aber ich bin hier schon am Checkpoint Soll ich den noch eben machen? Ja, mach mal kurz Aber ich Bei mir tut sich auch nichts Das, ah, okay Ich bin wieder da Du bist wieder da Pinguin ist nicht wieder da, oder? Äh Den hast du das Spiel verlassen Stehen recht Das Spiel verlassen Ich probiere mal, ob ich dich hier so einladen kann Das wäre wirklich cool, wenn man so spontan joinen kann Man müsste ja eigentlich gehen Ich glaube nicht Oh, alle Freunde Und zwar Flash Pinguin Spieltion 2 Zuspieleinladen Eine Einladung wurde gesendet Oh, man Du kannst, äh Du kannst auch einfach selber Rechtsklick Spielweit Ja, ich weiß Aber ich muss es ja erst mal schauen Oh, man Was machst du auch für Sachen? Oh, guck mal So unsichtbar musst du dich ja nun auch nicht machen Hier Springen wir hier und hol dir da oben das, ähm Dings Nein, nein Nein, nein Nein Warte, höher, höher, höher Rechts 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 So, ein weiter rechts Dann fahren wir gleich mal weiter Okay, weiter runter, 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 was kommt denn hier noch so? Ach nee, okay, ist erst mal gut. Das wedelt hier noch ein bisschen mit den Armen. Aber warte mal, lass mal eben hier runter, das sieht irgendwie special aus. Vielleicht gibt's hier was Besonderes. Ja, das geht glaube ich so und dann mit den... Guck mal hier, was ich hier hab. Oh, glänze, glänze. Hast du gesehen? Was ist denn das hier unten? Ja, ja, ich seh das hier unten blitzt. Oh. Hm. Aber da oben sind so viele Bogie mein Lieber, da musst du jetzt aber mal Kisten machen, ne? Flash Penguin hat das Spiel verlassen, stand da. Was ist denn da los? Bei mir steht gerade die ganze Zeit Word verbunden auf dem Bildschirm. Ne, das funktioniert ja nicht. Kannst du nochmal versuchen beizutreten? Ne, das geht so hier. Guck, achte, du musst hier so springen und dann so rüber. Ach so, okay, ja. Aber dein Spiegel ist zu weit links. Ah. Ne, ich würde auch einfach den höheren Spiegel nach rechts machen. Das stimmt, ja, das macht Sinn. So, wer gibt nach? Ich gebe nach. Der Klügere ist oben. Flash Penguin, bist du dabei oder bist du nicht dabei? Ich glaube, ich bin fast drin. Ich bin da. Juhu. Kannst du einfach so einsteigen? Nein. Nein. Ich muss noch irgend... Also, ich sehe euch jetzt, aber ich kann... Mach nochmal das... Genau, mach. Warte mal. Das andere musst du euch noch ein bisschen... Da ist ein Checkpoint. Ich drücke als wild 1, 2, 3, aber nichts passiert. Ja. Hier ist nirgends so ein Checkpoint, oder? Doch, doch, hier, wo ich stehe. Ach so. Stehst du da? Ich kann... Esa, aber ich bin noch nicht im Spiel. Ich kann noch zu Libel wechseln. Hm. Aber ich kann euch ungefähr schon mal zugucken. Dann, wir spielen mal kurz weiter und gucken, ob das dann gleich am nächsten Checkpoint funktioniert. Das geht nicht. Das ist... Das war schon schlau von dir. Oh, Achtung. Nein. Ich geh auch mal rein. So, bist du drin? Auch nicht. Ne, das muss ich... Das funktioniert irgendwie nicht mit dem Nach-Join. Du kannst jetzt auch... Du kannst jetzt auch nicht irgendwie joinen oder sowas, ne? Däh. Aber ist ja auch komisch, dass du beitreten kannst, aber... Emma Chaos habe ich freigeschaltet. Was machst du da? Ich mach die kampfumfähig. Ich merk das schon. Komm, die genießen wir jetzt. Warte. Wie du schön dabei tanzt. Wie du schön dabei tanzt. Achtung. Und? Ich glaube, er hat auch die Speziallösung. Hammer Time. Nein! Hey! Das mag ich nicht. Kannst du mich eigentlich an ihm... Warte mal, will ich sterben? Lass uns mal alle sterben. Dann musst du doch am nächsten Checkpoint wiederbeleben. Und gut, warte mal. Alle mal sterben. Kannst du mich? Kannst du... Nebenbei kannst du mich? Ja, okay, warte. Der Typ kann ihn nicht aufstehen. Ob ich dich anheben kann? Nee, geht nicht. Nee, ich mein, wenn ich auf dem Typen stehe. Aber gut. Werden wir nächstes Mal testen. So. Nein, jetzt steht... Jetzt lebt aber die Diebe noch. Moment, ich lass die Diebe neben ihm sterben. Ach, geht nicht. Kacke. Äh, ich kann echt nicht beitreten. Das ist total komisch. Nee, du musst die... Wir müssen einfach mal kurz in den Ladebildschirm kommen. Also versuchen das nochmal. Einmal nur als Test. Einfach mal irgendwo sterben. Müsste ja jetzt hier irgendwo gehen, oder? Ach so, da müsste ich... Ja, dann lass uns von den Bogenschützen abschießen. Ehrlich Bogenschütze. Okay, das kann sich jetzt nur noch um... Oh nein, das trotzdem. Nein. Der macht der Schaden. Nein, nein, nein. Boah, mach mich platt. Ich bin fast tot. Ah, du, im Nacken macht er mehr Schaden. Ach, stimmt. Wunderbar. Wunderbar. Wo ist der Krieger? Der Krieger lebt aber noch. Ah, ja, das... Nee, dann leben wieder alle. Das ist voll der Cheater-Modus irgendwie. Ja, es ist irgendwas. Ja, dann müssen wir nochmal vom Hauptmenü aus starten. Okay, wir versuchen mal die Leute mit dran zu lassen. Und zwar sagen wir einfach... Wähle oder starte den Level neu. Okay. Ähm, der verstanderte Baum. Ja. Alles klar. Ähm, lädt. Und überspringen. Ja. Kann ich noch nicht. Sind alle da? Ich muss noch überspringen drücken. Ähm, ich bin... Auf ein neues, Männer. Aber, ähm, ist das jetzt genau... Ich versuch gerade... Das ist schon relativ weit hinten. Ne, oh ja, das ist sehr weit hinten. Egal, wir spielen das jetzt einfach. Ich spule das vor. Also wir hören uns jetzt alle an wie Mikkelmäuser. Ja, wir können jetzt einfach zeigen, von wegen wie gut wir sind. Ja klar, das dauert genauso lang, wenn nicht länger, als beim letzten Mal. Mach mal, genau. Ja, weil wir uns nur hier am streiten sind. Ja, ich bin nicht auf der Blase, wo ich nicht hingehöre. Was? Weil ich kickel dich mal an. Warte, geh mal da weg. Geh du weg. Ich will nur meine... Ich will doch nur hochgeschoben werden. Aue! Nein! Ich bin so schlecht. Man kann einfach hier einfach so eine Brücke bauen und fertig. Ach so, das finde ich aber gut. Habe ich gerade auch so gemacht, aber da habt ihr es nicht gesehen. So, wir rushen jetzt. Schnell. Dann brauche ich nicht vorspringen. Swulululululul... Maschgas! Ach, das hier hab ich letztes Mal nicht verstanden. Machınız mal. Warte, warte. Kannst du bitte einmal auf ihn schießen? . Schnell, zack, zack. Hä? Ach so, das kugelsteine. Hallo, hallo! Haste gesehen, wie es hier aufge... Stoßen, warte. das heißt, ich finde, Zerkling. Spinner, das war ein Ultra-Lisk. Ach ne, warte. Okay, die Spiegel brauchen wir irgendwie gar nicht, ne? Keine Ahnung, wofür wir die verwendet haben. Kiste? Ach ne, ich war ohne Kiste. Ah, da müssen wir einfach nur rüber. Aha, geschickt. Du springst, wird das Gewicht abgelagert. Aha, ja. Nein, rüber, nein, 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 nein. Sorry, ich hab mit meinem Nicht-Stacherigen helfen. Ich hätte euch kisten können. Komm, als ob ich auf deine Kisten angewiesen bin. Diese Zeit sind doch lange vorbei. Oh no's. Ach, ich komm nach. Warte mal. Au! Oh, klasse, gestorben. Aber macht weiter, bis zum nächsten Checkpoint. Unterwegs. Aber guck mal, die eingesammelten Dings sind schon da. Ah ja, hier sind wir wieder. Ah ok, das hat ja überhaupt nicht lange gedauert. Das ist immer, ja. So rum, genau. Mach mal den anderen ein bisschen weiter. Ah, 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 ah. Huiii. Was machst du da? Ich hab's gerade ein bisschen vercheckt. Ich hab's gerade ein bisschen vercheckt. Ich hab's gerade ein bisschen vercheckt. Ich hab's gerade noch deinen Plan. Jaja, aber ihr habt mich irritiert, es sind zu viele Mitspieler auf der Karte. Ich fände das schon. Okay, ich hab's verstanden. Da war es so sinnlos, ich liebe es. Da, der Pinguin muss natürlich wieder nach hinten kommen. Pinguin, wir wollten doch rushen. Ach, wir sind doch schon längst woanders. Oh, jetzt sind wir wieder hier. Ich helfe dir, Meister. Ey, was macht die Dieben hier? Dieben, wer dich? Wie komme ich hierher? Ah, wahrscheinlich kommst du doch irgendwann zu uns. Boah, ich bin hier ganz alleine. Ja, ich komme zurück. Ach, du machst doch hier ganz gut den Imperator-Style hier. Ich friere alles ein. Ihr müsst es dann nur kaputt schlagen. Kein Problem. Oh, das war ja mein sinnvoller Arm aber. So, jetzt können wir wieder normales Tempo einschlagen. Das war ich, hat das jemand gesehen. Ach, das hatte ich für mich. Ich habe es auch gesehen. Oh, das sieht ja schick aus dem Hintergrund. Oh, ich wollte ihn gerade machen. Oh, Alter, da brennt es. Das ist Timing übrigens. Oh, übrigens. Muss ich jetzt hier durchlaufen oder was? Ne, also ich würde eher... Das funktioniert nicht. Oben lang macht das Sinn. Ne, Jungs, da muss man ein bisschen nachdenken. So, oben lang. Ach nee, nichts, ja nicht. Klar. Oh. Ja. Okay, unten lang geht auch. Nicht für mich. Ich bin gleich da. Punkte. Hier geht es oben noch weiter. Ja, da oben liegen noch ein Bonus-Ding. Level-Aufstieg. Ich glaube, ich darf wieder was, oder? Ne, wir können uns jetzt gar nichts mehr kaufen. Wir müssen jetzt nämlich warten, bis wir zwei Punkte haben, weil alles kostet jetzt zwei. Muss auch mal sein. Ja, dann warten wir und dann kaufe ich mir die Planke. Oh. Ich weiß noch nicht, wie man das hier macht am besten. Was ist denn der andere Hebel? Aha. Ah, da kann man da oben langs springen. Ja, ist clever. Das macht Sinn, ja. Da mache ich ein bisschen zurück wahrscheinlich so. Nein, nein, nein. Nein, nein, nein. Nein, nein, nein. Doch, doch, doch. Du solltest... Ja, aber das hier ein Stück nach links. Man muss hier reinkommen. Ja. Ja, hier rein und dann aus dem anderen raus. Oder nicht? Ja, was ist das, Alter? Aha. Aber man kann nur von der einen Seite rein, oder was? Ja, man kann nur von der einen Seite rein. Egal, wir erkisten uns das alles einfach. Wir erkisten uns. Yeee. Ah, Feuer. Was ist das, Alter? Ey, geil, ich kann Feuer blocken mit meinem Schild. Komm, vorbei, Jungs. Das macht keinen Sinn. Oh, da ist eine Kiste, aber... Magier. Verdammt, das macht überhaupt keinen Sinn. Was haben wir hier getan? Ah, ja. Was soll ich denn machen da? Warum machst du, warum tust du das? Aufwand, wir müssen da lang, oder wie? Ja, da geht's lang. Oh. Ne, da gibt's nur ein Gratis-Kiste. Oh, okay. Gratis-Kiste, die kosten sonst noch Geld. Ach, doch. Ja, genau, warte. Warte, warte, warte. Na, ich kann noch Schild mit dem Schild blocken. Jetzt einfach nach rechts. Ja, gut gebraucht. Jungs, da wird es jetzt da einfach locken. Ähm. Warte. Warte. Warte, da brenne ich doch erst. Da brennt er erst mal vor, Freunde. Nee, ich wollte es einfach holen hier. Achtung. Das stimmt, da kann es ja durchlaufen. Nicht zu schnell. Wo ist denn kein, das gegeben ist kein Checkpoint. Da oben. Kannst du nicht durch? Ah, doch. Ja, ich renne zum Anfang des Levels und hole mich ab. Äh? Das ist... Äh. What? Ich hab das auch nicht so in Erinnerung. Guck mal, da oben ist die... Okay, ich lass durchrushen. Go, go, go. Hey, Magier, jetzt beeil dich mal. Wo ist die Deven? Die ist unsichtbar. Okay. Die hecken wir am Hidern. Äh, ach, da war was mit dem Knopf da drüben. Mach da drüben mal, äh, genau. Eine Kiste wollte ich sein. Das hab ich schon wieder nicht verstanden, aber... Das ist schon stimmt. Ich weiß auch nicht, was passiert ist. So, Achtung. Ah. Soll ich schon noch eine Kiste? Warte, 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 warte. Krieger, bewegt dich. Irgendwie nach rechts oder so, damit ich hier eine Kiste des Aufsprungs machen kann. So. Oh. Untenrum geht auch. Ihh. Mit HP verlieren. Ach. So, und jetzt hier oben rum. Oben rum ist es viel leichter, als unten rum. Fehle doch kein Schuh. Ah, hier oben ist übrigens ein Checkpoint, wo ich gerade bin. Du hast du dieses... Da war ich eh, aber den hab ich nicht ausgelöst. Ja. Ja, weil vielleicht, weil ich der Horst bin. So. Wir müssen doch eh unten lang, oder? Ja. Ja, ich will erst mal die Kiste holen da unten, aber danach müssen wir uns trotzdem eine Lösung einfallen. Ach, die ist so gar nicht. Bis dahin. Da geh ich nicht hin. So, zack. Ich geh zu. Ich brauchen wir ja auch nicht. So. Achtung. Ähm. Hm. Warte, ich warte, und jetzt rüber. Nein, 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 nein. Ah, das kann ich dir nicht locken? Doch, jetzt. Ich hab das Rätsel zu lösen. Eine Geschichte. Sammlergemälde. Ein Sammlergemälde gefunden. Oh, ein Artwork ohne Kopf. Sieht euch das rein, ich hab's geschafft. Wir kommen sofort. Ich hab da noch sowas. Ja, okay, wir holen ihn am Checkpoint wieder. Bring meine Leiche nach Hause. Hey! Ich hab Blasen gemacht. Wie hast du das geschafft? Äh, ja, sieht man noch, das eine Portal hat das Feuer. Ach so, ah, okay. Aber ich komm nicht raus. Genau, geht mal zum Checkpoint oben. Das ist ja eine geniale Idee. Das ist ja, aber das ist erstmal nur sechs. Das ist ein Brenner. Pinguin, du musst oben zum Feuer. Wir machen uns zum Checkpoint, bitte. Also oben zum... Das ist ja eine geniale Idee. Boah, was du dich ausdenken. Einmal nach rechts, bitte. Ja, rechts. Oh, check. Nein. Ja. Check, check das. Komm, riech? Das weiß aber auch nicht ganz korrekt. Das ist ein bisschen schwingen. So ist es super, ja. Ein Krieger. Ja, ich hab dann schon wieder. Also, ich bin da... Ach, wie denn da ist das? Oh, du wohl. Falsch. Blockierst die Blase. Oh, dein Hammer. Was hab ich gemacht? Du hast die Blase zerstört hier unten. Ach so, ja. Ich hab einfach nur reingeworfen. Ich seh das doch gar nicht. Das ist okay, oder? Ja. Ach so, ja. Dann mach ich nochmal. Nein, 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 nein. So, ich kiste dich. Pinguin. Ich bin doch nöger. Den Pinguin gleich. Ja, oder so. Nein, 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 nein. Oh, oh. Bring doch auf die Kiste. Ein Traum. War zu gierig für die Kiste. Die wollte ich nicht. Zu gierig für die Kiste, weil du sie nicht wolltest? Und die Kiste will mich nicht. Ich bin halt nur ein dummer Krieger. Was gibt's denn hier so? Oh, ich hab irgendwas ausgelöst. Komm, komm. Oh, nein. Ich bin doof. Was ist das? Egal, ich mach das schon hier. Wie zum Teufel soll das denn gehen? Nein, 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 nein. Kiste. Nein, oh. Hm. Vielleicht soll ich mir das mal nicht vorgehen. Aber der Checkpoint ist ja nicht weg. Außer für die Diebel. Was? Da oben sind Starten. Oh, scheiße, es geht schon weiter. Aber ich kann ja, ich kann ja brauchen. Ich kann ja auch ein Batman. Das mal ein. Was kannst du? Mit meinem Schild kann ich Feuer blocken. Oh. Ich habe das Frostschild. Nein! Geduld, junger Padawan. Das ist so ein Spiegel. Was machst du denn da für ein Double? Nein, nein. Ich, es ist keine Kollision. Ich bin unschuldig. War das mit der Geduld? Ja, da oben sind Stacheln. Das habe ich irgendwie gar nicht. Das ist immer zu hoch hinaus. Oh, was ist denn hier los? Ja, du blockierst Blasen. Du blockierst mich? Kann gar nicht rein. Wie kann ich denn hier gleich weiter? Eigentlich müsste ich die ganze Zeit unter meinem Schild bleiben. Eine andere Lösung sehe ich nicht. Aber warte, nee, da ist ein Schalter. Den müssen wir gleich drücken. Am besten, wenn ich das mit dem Schild schütze. Drück das Knöpke. Wir haben keine Blasen mehr. Das wäre cool, wenn ihr mal Blasen spawnen würdet. Ganz ehrlich. Ah, da kommt eine. Da kommt eine. Eine kommt. Für eine Person. Die kann auch zwei tragen. Also, wenn der dicke Krieger nicht mit drauf ist. Hey. Jetzt würde ich springen. Jetzt ist ruhig. Oh Mann. Okay, komm, 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 komm. Blaser hat mich abgeschüttet. Warte, wir versuchen mal eben dieses Ding auszuschalten. Komm. Weißt du, wenn... Genau, genau. Nein, nein. Ich versuch's selber. Ah, es reicht nicht. Das dauert so ultra lange. Warte, warte, ja, warte. Ich kann's aber schaffen, weil... Ich kann ja immer zwischendurch... Ich hab gerade die View von Pinguin. Nein! Warum? Achso. Ich leb noch. Komm schon, komm schon, komm schon. Dann versuch das mal zu schaffen. Ich hab's geschafft. Aber der scheiß Strahl geht nicht weg. Dann geh mit dem Schild durch. Geh mit dem Schild vorweg. Ja, geh einfach durch. Die Dieben hat's geschafft. Gut gemacht. Sehr gut gemacht. Okay, Achtung, es gibt einen Cut. Einmal einen Cut. Bis zum nächsten Part, wenn's wieder heißt, Shrine 2. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.